Es war, als hätte ihn dieser Plan sein ganzes Leben lang begleitet, von Jahr zu Jahr, und hätte sich nun in seinem 15. Lebensjahr herauskristallisiert, aus dem Schmerz der Pubertät. Wieso seid ihr hierher gezogen? Meine Mom hat vor Gericht gegen meinen Stiefvater gestritten. Er hat psychische Probleme. Oh, die habe ich auch. Welche Art von psychischen Problemen hat dein Dad? Ich habe einen neuen Freund. Ist er echt oder erfunden? Frei erfunden. Ich will euch heute eine kleine Geschichte erzählen von einem jungen Mann, dessen Leben komplett zerstört wurde durch diese Mechanismen der Angst. Immer sehe ich so Sachen. Donnie macht gerade etwas durch, das gemeinhin eine Tageslichthalluzination genannt wird. Ich muss ihm gehorchen, er hat mir das Leben gerettet. Hast du jemals ein Portal gesehen? Hat er Ihnen schon etwas erzählt von seinem Freund Frank? Das ist ein Riesenhase. Was? Jedes Lebewesen folgt einem vorbestimmten Weg. Und wenn du deinen Weg oder Kanal sehen kannst, dann kannst du auch in die Zukunft sehen, oder? Ich kann leider dieses fesselnde Gespräch nicht weiterführen. Keine Sorge. Was wird passieren? Ich habe nur noch ein paar Tage, bis die mich haben. Wann hört das endlich auf? Das solltest du doch längst wissen. 比較 oftmals? Nein, ich muss meine스in. Bist du doch wirst. Ich habe gerade современный Weg. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden. Neuene. Ich bin jemanden. ENDEN. Ich bin jemanden. Vielen Dank.